Erinnern Sie sich an mich? Manchmal traue ich mich sogar von ihm. Wie glaubst du, macht er das? Gleichzeitig im Gefängnis zu sitzen und draußen zu morden? Der Teufel ist nicht mehr in der Höhle. Er ist jetzt überall. Was glauben Sie, was er von ihm will? Ich glaube, der Fall fängt gerade erst an. Diesmal bin ich Ihnen einen Schritt voraus. Der Fall fängt gerade an.